Mein eben gesendetes Werk entstand aufgrund der Verhältnisse zur letzten Demonstration der politischen Partei Alternative für Deutschland. Ich entschuldige mich nachträglich bei allen kompetenten Polizisten, Anwälten und Politikern, die sich durch mein Werk womöglich angegriffen fühlen. Ich weiß, dass es darunter auch viele arme Schweine gibt, die den Anweisenden anderer folgen müssen und einfach nur versuchen, ihren Job gut zu machen, damit sie ihre eigene Existenz sichern können. Meine Absicht war es nicht, irgendjemanden gezielt anzugreifen. Sollte der Eindruck entstanden sein, tut es mir leid. Ich wünsche euch in eurem Dasein viel Erfolg, aber ein wenig Meinungs-, Medien- und Pressefreiheit sei doch hoffentlich auch noch gestattet.